In Greven im nördlichen Münsterland ist die Luftrettung des ADAC zu einem schweren Verkehrsunfall angefordert worden. Was haben wir denn für eine Einsatzmeldung? V.U. meine ich. Ich habe mich so auf die Landezone konzentriert. Mein Name ist Markus Greve. Ich bin 52 Jahre alt. Seit 2005 bin ich in der ADAC Luftrettung tätig, war vorher bei der Bundeswehrpilot. Nachts sind wir in einer Konfiguration aufgestellt, dass wir mit zwei Piloten unterwegs sind. Wir sind Co-Pilot und Verantwortlicher, Pilot in Command. Dazu ein Notfallsanitäter und ein Notarzt. Guck dir auf. Habt ihr den Doktor erreicht? Ja, kommt da. Ja, alles gut. Mein Name ist Oliver Wehmer. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie mit Zusatzbezeichnung Intensivmedizin und Notfallmedizin. Ich bin vor nicht ganz drei Jahren gefragt worden, ob ich hier zu dem Team in Christoph Westfalen stoßen würde. Hab dann mal zwei, drei, drei drüber geschlafen, weil es mit Höhen eigentlich gar nicht so mein Ding war. Ich habe mich aber beruhigt und bin jetzt aber ziemlich froh, da bei zu sein. 101, FLI, check AOE, hover, power, blue line. Alles gleich. Slip nach links, raus, Nase geht dann nach links, wenn Heck rechts frei. Mach du mal Goggle down, Markus. Wirf schon mal einen Blick, bitte. Aber es sollte funktionieren. Ja, es sieht gut aus. Ja, guten Morgen, Herr Christoph Westfalen ist auf dem Weg nach Ahlen. Frage, Feuerwehrhaus, Adresse am Feutershof, ist das korrekt? Ja, im Moment, die genaue Adresse wird nochmal abgeklärt. Primäre Einsatzinformationen für euch schon mal. Radfahrer, männlich, massiv unter PKW eingeklemmt, ansprechbar. Technisch Rettung wird gerade vorbereitet. Ich komme gleich nochmal mit der genauen Landeadresse in den Augen. Wir haben jetzt eine primäre Einsatzalarmierung erhalten, die in dem Kreis Warendorf. Da gibt es einen schweren Verkehrsunfall, ist ein Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin unter einem PKW eingeklemmt. Die Feuerwehr ist vor Ort und wir wurden da eben dann als zusätzliches Rettungsmittel alarmiert. Und, ja, ich warte jetzt einmal auf weitere Informationen von der Leitstelle. Wir haben jetzt gerade eben mit denen abgeklärt, dass wir uns mit dem Rettungswagen an der Feuerwehr treffen. Christoph Westfalen, Leitstelle, Wahnsinn. Der Christoph Westfalen hört. Mein Name ist Michael Merkert, ich bin 32 Jahre alt und Notfallsanitäter bei der ADAC Luftrettung. Und jetzt hier auf dem Christoph Westfalen als TC Hems tätig. Westen Münster, weil es auch Flugzeugezeiten mäßig abbildbar ist. Aber wenn Münster nicht aufnehmen sollen, könnte... Ja, wir haben ja in Münster zwei Häuser. Erstmal Udi und dann Clemens. Und wenn alle Stricke reißen, klar Dortmund Nord. Haben Hesen. Haben Hesen, je nach Verletzungsmuster. Aber viel mehr Optionen haben wir dann schon auch nicht. Alles klar. Also Bochum ist weiter, aber spritmäßig geht das alles. Okay. Ja, für euch zur Info, Zielort für den Rot-Tafel, wo hier sind, den Patientenwäsch mal abgeklärt. Uni-Schockraum könnt ihr aufnehmen. Ja, guck mal. Uni-Klinik Münster? Ja, genau. Das ist korrekt. Da wird dann im Zweifel nur noch ein Absprachgespräch erwartet. So, verstanden, das machen wir selbstredend. Meine Aufgabe ist es, während des Fluges eben mit den Leitstellen stetig die Verbindung zu halten. Es geht jetzt darum, dass wir uns mit dem RTW, beziehungsweise über die Leitstelle mit dem RTW vereinbart wurde, dass wir uns an der Feuerwehr treffen, weil das eben jetzt der bestmögliche Landeplatz ist. Die Landeplatzbeschaffenheit, das vor Ort eben nicht hergibt. Das wäre auch nur eine Alternative. Ja, das ist BESA, habe ich auch gerade gedacht. Kann ich ein bisschen nach links? Ich habe hier ein Feuerwehrfahrzeug bei mir. Ja, ganz leicht, aber nicht zu sehr. Da bleibe ich jetzt hier senkrecht runter, Frage? Ja. Okay, GTCH-Mode ist set. Dann seile ich uns jetzt einfach mal schön runter. Mit zwei Piloten fliegen wir nachts, weil es einfach sicherer ist. Da gibt es eine ganz klassische Aufteilung, dass ein Pilot, der Pilot ist, der die Maschine händelt und fliegt. Und der andere im Prinzip, wir nennen das das Büromachen, Navigation, Funkverkehr und halt dem Flug durchführenden Piloten zuarbeitet. Safe down and ground, pitch sledge. Roger, ich gehe raus, Tügeldorf. Dankeschön. Moin. Aufgrund der Einsatzmeldung ist dann auch nicht garantiert gewesen, können wir da wirklich landen. Da war die Lage mit den Hochspannungsleitungen sehr, sehr unsicher. Und der Landeplatz bei der Feuerwehr in Aalen war bekannt. Wir hatten dort ein entsprechendes Shuttle-Fahrzeug, was uns dann transportieren konnte. Und dann haben wir uns dann dafür entschieden. Also wir haben, das ist gar nicht mal so selten, dass wir eben abgeholt werden und dann eben zur Einsatzstelle gefahren werden. Wir hatten jetzt eben noch ein Funkgespräch, wo es dann eben um den Patientenzustand ging. Und wo dann noch die Frage aufkam, wann wir denn mit einem Eintreffen dann eben. Ja, der Patientenzustand ist aktuell, der ist wohl noch eingeklemmt und sei aber kreislaufstabil. Aber wir müssen uns das vor Ort mal anschauen. Ja, das war im Primäreinsatz. Dann haben wir auch vorher nur eine kurze Meldung und das ist dann letztlich so, dass der MCC sich dann weiter erkundigt über das Bild, was uns dort vor Ort erwartet, dass man so ein bisschen mental schon mal vorbereitet ist, was einen dort erwartet. Den linken, ja? Oder was? Nein, 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 hier ist auch keine. Achso, ich liege noch? Nein, nein, wir müssen zum Rettelweg ganz hinten. Achso. Da war der Fahrer drin. Olli, siehst du das? Okay, das war ein paar Meter. Moin. 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 Sie haben zwei Notärzte drin. Wollt ihr eine Lagereinweisung haben? Ja, wäre doch ganz nett. Das ist ein VU-Fahrradfahrer gegen, das ist ein Kleintransporter, der Fahrradfahrer war unter der linken Vorderachse eingeklepft, ist technisch gerettet worden, schwerst verletzt, momentan rotkategorisiert, mehr habe ich noch nicht an Unfallverletzung, ist gerade intubiert und beatmet worden. Ja. Liegt neben RTW. Wie schnell war der, weißt du das? Jetzt mit 100er, aber da gehe ich auch mal fast davon aus, dass er die drauf hat. Alles klar. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Kollege. Der Ärzteskollege kommt. Olli, ist jetzt da. Morgen. Gerade intubiert. Ich habe ihn hier im RTW geborgen, übernommen, habe ihn jetzt intubiert. Preisloch ist, Druck ist 90, Setschung ist 100. Das Luftrettungsteam des ADAC kann den schwerverletzten Radfahrer bisher nicht übernehmen. Er muss erst transportfähig gemacht werden. Der Patient ist jetzt an der Maschine. So, was ist mit dem Adrenolperfusor? Willst du da was haben oder erstmal mit Acrenol über was halten? Adrenol ist ein kreislaufwirksames Medikament. Das ist, mir dient eben dazu, den Blutdruck zu steigern und eben die Herzfrequenz auch zu steigern, weil der Patient dann doch sehr niedrigen Blutdruck hatte. Nein, wir bleiben hier drin und wir fahren dann mit dem Auto rüber. Jo, danke. Okay, dann haben wir mal Wettenschöne dran. Wir können mal manuell inline stabilisieren den Kopf. Ja, der Patient braucht jetzt aktuell, der ist jetzt intubiert und beatmet derzeit und wir brauchen jetzt einmal kreislaufunterstützende Medikamente. Und dann würden wir gleich mit dem RTW, das hatten wir schon mit unserer Besatzung auch abgeklärt, dann zu unserem Hubschrauber zurückfahren. Genau. Habt ihr Adrenol eben aus der Hand gegeben? Was suchst du denn? Ich hab Adrenol jetzt. Ich hab Adrenol per Fusat. Ja, moin, Michael, Christoph Westphalen. Grüß dich. Bin ich beim Trauma in die Uniklinik Münster gelandet? Perfekt. Darf ich dir einmal was zum Patientenzustand erzählen? Perfekt. Patient männlich, schätzungsweise 45 Jahre. Zustand nach Verkehrsunfall mit Auto. Ca. 100 kmh. Patient war eingeklemmt, initial, unter dem linken Vorderrad. Wurde dann durch technische Rettung geborgen. GCS, initial 3. Jetzt intubiert, beatmet, Kreislauf, ja aktuell Hypoton eher, kriegt Adrenol von uns derzeit. Und, äh. Und? Dankeschön. Alles klar. Äh, genau. Beatmung ist jetzt derzeit kein Problem. Äh, auskultatorisch auch soweit kein Problem. Ich würde mich nochmal vor Abflug melden, aber ich schätze mal realistisch 40 Minuten ab jetzt. Es ist eben wichtig, dass du als Hemst gerade den Überblick behältst. Wenn du aufschaust, okay, wie sind die Ressourcen verteilt, ähm, hat gerade dein Notarzt überhaupt Kapazitäten für die und die Aufgabe? Im Kopf läuft da auch immer so eine kleine Checkliste mit, wo man immer seinen Haken dann dahinter machen kann. Ach, du hast unser Monitoring schon dran, oder was? Nee, das reicht noch nicht. Ah, okay. Nur drauf. Bluthockmannzette fehlt noch. Die kommen jetzt. Und Kapi. Olli, wenn du willst, können wir dann auch los, ne? Ja. Sofern von dir okay. Braucht ihr noch Hilfe? Und gucken, weil sie das unsere Sachen haben, Jan. Ein bisschen Ruhrmannzette haben wir tauschen eben. Also, wir sind jetzt soweit fertig. Wir haben den jetzt soweit stabilisiert. Und jetzt würden wir uns mit dem RTW einmal auf den Weg machen zum Hubschrauber. Ich habe schon mit den Jungs auch am Hubschrauber telefoniert, dass da an den Hand alles läuft. Die machen einmal die Bearbung fertig schon zum Beispiel. Und, ach, scheiße, kein Rucksack. Und, ja, dann kann es weitergehen. Kennst du die Chancen, dass er durchkommt? Ja, gut. Wir schauen. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Das kann ich nicht vergessen. Aber vor allem die Waffe brauchen wir, weil da gute Bedürfnisse drin sind. Fenta haben wir. So, wenn du willst, könnten wir eigentlich doch los, oder? Du willst du denn los? Du kannst. Du bist jetzt soweit stabil, das war jetzt als belüftet. Das heißt, wir legen im Moment so ein bisschen den Fokus auf Kreislaufstabilisierung, Atem, ordentliche Beatmung, Sauerstoffversorgung passt, dass CO2 gut ist. Ja, und dass wir jetzt den Zeitfaktor auch haben, dass ja einfach dort schnell der Neurochirurgischen Versorgung zugeführt werden kann. Und jedenfalls auch entsprechend so First Damage Control, das heißt, dass die Unfallchirurgung guckt, dass es nicht noch weiter blutet wesentlich. Wir machen unsere Show. Wir machen unsere ständigen. Bis zum nächsten Mal.